Hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten Video auf dem Kanal und wahrscheinlich das letzte Crowdfunding Video in diesem Jahr, wenn es um Neuheiten geht. Ich bin sowieso erstaunt, dass wir hier tatsächlich kurz vor Weihnachten noch mal ein kooperatives Crowdfunding Projekt haben und zwar bei GameFound Enemy at the Gates. Kurz an der Stelle noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe am Samstag mit einem neuen Format begonnen, nämlich meine Hall of Fame. Das ersetzt so ein bisschen die Top-Liste oder die typischen Top-Listen. Das erklärt sich dann im Video. Schaut dort gerne mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert, welche kooperativen Spiele für mich zu meinen absoluten Highlights gehören und zu meinen Most Favorite Games, so wie ich es genannt habe, die ich immer wieder raushole und die ich immer wieder gerne spiele. Ja, es ist noch eine Woche bis Weihnachten. Ja, Möglichkeit also hier besteht, sich noch mal ein Spiel zu holen als Weihnachtsgeschenk. Aber bei Crowdfunding-Projekten ist natürlich immer das Problem. Es dauert natürlich ewig, bis man es bekommt. Aber ja, es ist theoretisch möglich. Also welches Spiel haben wir hier? Enemy at the Gates. Es ist ein Tower Defense Spiel in Kombination mit einem Kartenspiel. Wir sehen schon ein bisschen was, obwohl wir Gameplay-Technik noch nicht so viel sehen. Ein bis vier Spieler und ähnlich wie das bei typischen Tower Defense Spielen ist, ist es so, dass die Gegner in Wellen kommen. Wir müssen diese Wellen abwehren. Dabei sind wir Zauberer, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, also asymmetrisch sein sollen und damit auch einzigartige Fähigkeiten besitzen. Das Spiel hat dann im Kern ein Ressourcen-Management-System, denn wir haben die Herausforderung für uns immer wieder entscheiden zu müssen. Wollen wir Zauberer aufspielen, welche einzeln sein können oder auch Flächenschaden bieten können, den Gegner zurückwerfen, den Gegner aufhalten. Also gibt es schon viele Varianten. Oder ob wir die Fähigkeiten unserer Helden nutzen wollen. Also das ist sozusagen dieser Ressourcen-Management-Aspekt. Die Feinde sollen sich dabei auch deutlich unterschiedlich spielen. Was das auch immer heißen mag, das müssen wir uns dann in der Kampagne angucken. Wir sehen hier, was grundsätzlich im Spiel drin ist. Ja, also sieht grundsätzlich erstmal überschaubar aus. Ich bin gespannt, was es dann in Summe dann so bietet. Am Ende, wenn man diese ganzen Wellen abgewehrt hat, kommt immer ein Bosskampf, der ganz zum Schluss noch funktioniert. Und ja, mal gucken, was dort insgesamt rauskommt. Allerdings, das muss man hier ganz klar auch mit sagen. Europäische Union, 20 bis 30 Euro. So wenig Geld ist das noch nicht. Und hier kommt das dann auch mit Wert, was auch noch dazu kommt. Also kein günstiger Spaß. Wenn es euch dennoch interessiert, klickt auf den Follow-Button und ja, dann spart ihr euch mit 5 Euro. Es sind noch nicht so viele Leute, die der ganzen Sache folgen. Deshalb, ich bin interessiert, wie das am Ende laufen wird. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, nächstes Wochenende zum ersten Weihnachtsfeiertag oder allgemein die Woche mit den Weihnachtsfeiertagen und dann Übergang zum Neujahr, dass dort kein neues Crowdfunding-Projekt, gerade im kooperativen Bereich, auch starten wird. Deshalb könnt ihr euch nächstes Wochenende dann schon darauf freuen. Am Montag wird es stattdessen ein Video geben. Ich weiß noch nicht genau, welches. Ich glaube aber, es wird ein Video sein, rückblickend auf die Crowdfunding-Projekte dieses Jahr, die ausgeliefert wurden. Zum Beispiel, was ich von denen halte, hat sich meine Vorfreude, hat sich das erfüllt oder bin ich enttäuscht gewesen? Ich werde noch ein anderes Video machen, deshalb weiß ich noch nicht, wann welches kommt, welches allgemein so einen Rückblick macht, auch zu den ganzen Crowdfunding-Projekten, die angelaufen sind dieses Jahr. Die meisten davon sind ja noch nicht ausgeliefert und welche Kampagnen haben mir gut gefallen. Wo war ich drinnen? Wo bin ich rausgegangen? Also ich werde auch noch mal darauf eingehen. Dann in einem separaten Video, glaube ich, auch noch mal, welche Crowdfunding-Projekte habe ich dieses Jahr unterstützt, was erfreulicherweise doch deutlich weniger waren als noch in 2021 oder in 2020. Welche das waren, warum ich dort mitgemacht habe, das erfahrt ihr dann dort in dem Video. Genau, oder in den verschiedenen Videos. Dann wird es natürlich auch wieder ein Vorschau-Video geben, also auf 2023. Welche coolen Crowdfunding-Projekte, von denen ich jetzt schon weiß, auf die ich mich freue, welche, auf die ich mich freue, die ausgeliefert werden 2023. Also es wird nicht langweilig rund um die Crowdfunding-Projekte. Natürlich gibt es auch noch Regelvideos, Reviews in der nächsten Woche. Ich schätze mal wahrscheinlich Robin Hood wird es nächste Woche geben, Abenteufe ist Robin Hood. Ich werde mich jetzt auch in den nächsten Wochen noch mit Oldtree im Regelvideo und meine Meinung zu dem Spiel werdet ihr sehen. Und auch ein Kickstarter, der ja vor zwei Jahren lief, wenn ich mich nicht ganz täusche, nämlich von Everything Epic Games, Agents of Smash. Genau, habe ich jetzt spielen können am Wochenende, habe es heute auch noch mal alleine ein bisschen gespielt, noch mal ein bisschen reingetaucht, einen höheren Schwierigkeitsgrad und werde es jetzt die nächsten Tage mit verschiedenen Runden auch noch spielen. Und da wird es dann auch in den nächsten ein, zwei Wochen, denke ich mal, eine Review zu geben. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Also auch Crowdfunding-mäßig was dabei. Think of Swim ist letztens angekommen. Das wird auch bald auf den Tisch laden. Also es wird nicht langweilig. Ich auf jeden Fall wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, dass ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen was Schönes zu spielen. Wenn ihr noch nicht die Möglichkeit genutzt habt, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Dort findet ihr alle Informationen zu Late Pledge, was zukünftig starten wird und so. Also der Murphy und auch viele andere geben sich dort richtig Mühe, sich gegenseitig zu informieren, zu diskutieren, was braucht man, Erfahrung auszutauschen. Also ich bin da super froh, wie sich dieser Crowdfunding, dieser Discord-Kanal rund um die Crowdfunding-Spiele-Kooperative natürlich und natürlich auch irgendwo um den Kanal herum entwickelt hat. Also schaut dort gerne vorbei. Ist alles kostenlos. Wer Discord hat, kann dort ohne Probleme reinsteigen. Man braucht auch kein Mikro, auch keine Kamera. Man kann auch einfach nur schreiben. So, in dem Sinne habt ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt schon gesund und habt genug Zeit, auch mal ein bisschen was zu spielen. Bis dahin. Bleibt schon gesund. Ciao.